Milla ist müde. Wie macht ihr die Augen so? Milla, schläft ein. Mäuschen, was ist denn mit dir? Bist du so k.o.? So warm, nicht? Milla hat ganz viel gespielt. Die ist jetzt ein blütendes Mäuschen. Mäuschen, ne? Mein Liebling. Oh, guck mal, was für ein lieber Hund. Oh, die schläft ein. Oh, guck mal, wie süß. Ist aber nicht immer so lieb. Die ist auch manchmal ein richtig wilder Feger. Aber sie ist ja noch ein junger Hund. Da darf man das. Und da kommt der Papa an. Der Nuno, der geht's gut. Der ist nur kaputt beim Spielen. Das ist Mausi. Das ist Mausi. Da ist er. Das ist Mausi. Das ist welche. Das war die Schachter. Dieviamente. Denise, ihr braucht der Gengstiael, das ist es notre erupt. Wie ist eine Karte? Was ihr eine Karte? Geht.